Wir Kinder von Plan4Planet haben einen Drei-Punkte-Plan zur Rettung unserer Zukunft entwickelt. Der erste Punkt unseres Drei-Punkte-Planes ist, dass Kohlenstoff ins Museum soll. Dafür müssen wir bis 2050 unsere CO2-Emissionen auf Null senken. Der zweite Punkt ist Armut ins Museum durch Klimagerechtigkeit. Der dritte Punkt unseres Plans ist 1000 Milliarden Bäume pflanzen. Diese Bäume werden dann sozusagen unser Zeitjoker sein, denn die Bäume nehmen ja unglaublich viel CO2 auf. Und 1000 Milliarden, das hört sich ja eigentlich schon ziemlich viel an, aber die Chinesen allein haben im Jahr 2009 2,7 Milliarden Bäume gepflanzt. Und wenn die jetzt bis 2050 so weiterpflanzen, dann haben wir schon einen sehr großen Teil dieser 1000 Milliarden Bäume. Oder zum Beispiel, wenn jeder Mensch 150 Bäume pflanzen würde, dann hätten wir auch diese 1000 Milliarden.